Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute besuche ich den Windpark Kramme, Großflöte in der Nähe von Salzgitter. Ja, und richtig geil, hier werden Enercon E160 EP5 E2 gebaut. Die sind noch eine echte Rarität in Deutschland. Ich glaube in Südostasien, in Vietnam stehen mittlerweile mehr E160 als in Deutschland oder Europa. Ja, außer der Anlage im Windhersfeld in Grevenbruch gibt es die noch gar nicht in Deutschland. Und das hier ist jetzt so der erste richtige Windpark, wo die Anlagen gebaut werden. An anderen Stellen in Deutschland sind schon einige genehmigt. In Freiburg werden zum Beispiel zwei Stück gebaut. Da freue ich mich jetzt echt schon drauf. Ja, aber das hier sind so die ersten, die in einem Windpark entstehen. Und eine E138 ist auch noch dabei. Ja, zwei Anlagen sind schon fertig. Da hinten, das war die erste. Zwei Bestandsanlagen gibt es auch schon. Nordex N117 Gamma. Die E160 steht jetzt im Hintergrund. Da sieht man jetzt schön den Größenvergleich. Richtig fett. 166 Meter MST. Ja, und bei der zweiten da hinten steht noch der Kran. Und hier drüben steht die E138. Und die dritte Anlage kommt dann hier hinten hin. Da stehen schon die ganzen MST-Sektionen. Die wird dann nach Ostern aufgebaut. Ja, es ist relativ windig heute und auch etwas kühler als die letzten Tage. Leider sehr bedeckt, aber immerhin, es regnet nicht. Ja, ich freue mich, jetzt echt den Windpark aus der Nähe anzuschauen. Und ja, dann sehen wir uns gleich im Park. So, jetzt bin ich etwas näher dran. Von hier aus hat man jetzt eine schöne Übersicht über den Park. Ja, hier direkt vor mir ist die E138, EP3, E2. Auch 160 Meter Narbenhöhe, wie ich sie jetzt schon oft gesehen habe. Ja, es gibt jetzt schon ein paar Videos von dem Park. Auch vom Aufbau von anderen YouTubern. Und was ich mich immer gefragt habe ist, warum die Anlagen alle diese Deutschlandfahne drauf haben. Und dann, ich glaube, es ist die koreanische Flagge, was das zu bedeuten hat. Ob das ein deutsch-koreanisches Projekt ist oder ob das ein Investor ist, würde mich mal interessieren. Ja, und hier hinten sieht man jetzt die massive E160, EP5, E2. Wahnsinn! Auf dem 166 Meter MST. Das ist bisher der höchste MST, den ich sehe. Die Anlage in Wirringermeer hatte 120, in Grevenbruch 140 und die Anlagen hier haben jetzt 160 Meter MST. Echt Wahnsinn! Einfach gigantisch dieses Teil. Ja, die haben sie vor Ostern jetzt wahrscheinlich auch noch fertiggestellt. Und dann ging es in die Osterpause. Da drüben ist die andere, da sieht man es noch ein bisschen krasser, wie riesig dieser MST ist. Wahnsinn, ey! Ja, von der EP5 war ich es eigentlich gewohnt, dass sie alle MST haben. Deshalb war ich so ein bisschen überrascht, dass jetzt die Anlagen in Hemelhausen in Hybrid-Turm haben. Also auch so ein Max-Bögel-Turm. Schön auch Enercon-Logo drauf. Cool! Ja, und die dritte Anlage kommt, wie gesagt, hier hinten hin. Da stehen die ganzen MST-Sektionen. Sehr cool. Da schaue ich gleich auch noch vorbei. Ja, und hier drüben sind die beiden Bestandsanlagen. Die N117. Hört man auch relativ laut bis hierher. Ja, ich bin jetzt super gespannt, mir die E160 von Nahm anzuschauen. Das ist ein richtig geiler Park, weil hier zwei meiner Lieblingsplattformen vertreten sind. Von Enercon. E160 EP5 und die EP3. So, ich bin jetzt noch mal ein Stück näher dran. Und hier sieht man jetzt die zweite Anlage noch mal richtig schön. Ja, ich nehme an, die wurde jetzt vor Ostern fertiggestellt. Und ja, die Baustelle ist jetzt ziemlich verlassen. Deshalb steht auch der Kran jetzt noch da. Ja, heute ist Feiertag, Karfreitag. Da wird hier heute auch nichts passieren. Aber der MST, der ist echt verdammt gigantisch. Schon echt krass. Hätte ich anfangs echt nicht gedacht, dass diese Konstruktion bei so einem riesigen Turm hält. Aber die statischen Eigenschaften sind wohl relativ gut. Ja, also ich muss schon sagen, die E160 EP5 E2 gefällt mir doch schon ein ganzes Stück besser als die neue E-Gondel. Von der Optik her finde ich die E2 einfach ein bisschen schöner. Aber ist vielleicht auch einfach Gewöhnungssache. An die EP3 und EP5 hat man sich ja auch gewöhnt. Nach der Abkehr vom Ei. Mal abwarten. Ja, da hinten ist die erste Anlage. Die dritte jetzt da hinterm Baum. Also ich finde, dass die Anlagen hier auch wieder sehr nah beieinander stehen. Für so große Anlagen. Deshalb hat man sich dann wahrscheinlich auch für die E138 entschieden. Also eine kleinere Anlage. Weil vier E160 wahrscheinlich nicht hierher gepasst hätten vom Layout her. Und von der Abschattung. Da nochmal die zwei Nordex. Ja, da hinten sieht man jetzt das Stahlwerk in Salzgitter. Da stehen auch E115. Da bin ich gerade eben mit dem Rad vorbeigefahren. Und Vestas V136 stehen da auch noch. Da halte ich später vielleicht auch nochmal an. Ja, das Besondere bei denen. Die haben nämlich Tagesbefeuerung. Trotz der roten Verkehrskennzeichnung. Das sieht man so auch nicht alle Tage. Ja, schade, dass die ersten Anlagen noch nicht laufen. Die E138 oder die erste EP5. Aber ich habe jetzt gar keine Erfahrungswerte, wie lang so eine Inbetriebnahme von einer EP5 dauert. Also ich glaube, die Anlage in Krevenbruch war relativ schnell am Netz. Ja, die hier haben jetzt auch nochmal diese Deutschlandflagge drauf und die koreanische Flagge, glaube ich. Würde mich echt mal interessieren, was das zu bedeuten hat. Vielleicht kann es jemand mal in die Kommentare schreiben. Ja, ich schätze, dass man jetzt vermehrt auf die E-Gondel setzt, also dass die EP5, E2 dann gar nicht mehr so oft gebaut wird, finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ja, aber wenn man sich mal so die Statistiken anschaut, am Markt ist sie scheinbar gar nicht so beliebt und wird leider gar nicht so häufig gebaut, weil sie im Vergleich zu anderen Herstellern halt echt nicht so viel Leistung hat. Nur 5,5 bzw. 5,56 die E-Gondel. Da muss Enercon auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen. So, ich stehe jetzt hier knapp unterhalb der Anlage und ich bin einfach echt beeindruckt. Absolut gigantisch. Einfach nur riesig, dieser 166 Meter MST-Turm. Und dann noch 160 Meter Rotordurchmesser. Absolut krass. Schaut euch an, wie lang diese Rotorblätter sind. Echt beeindruckend. Ja, ich bin eigentlich ein echter Fan von dem MST, muss ich sagen. Ich finde den einfach sehr, sehr innovativ. Ja, von der Logistik her einfacher zu transportieren und ist halt komplett recycelbar. Den Stahl kann man nachher komplett wiederverwenden. Aber ich will gar nicht daran denken, wie viel Arbeit das ist, den zusammenzubauen. Ein HST ist ja schon krass, aber 166 Meter MST-Turm. Ich will gar nicht wissen, wie viel Tausend Schrauben das sind. Das ist echt verdammt verrückt. Ja, ich kann ja mal zählen, wie viele Sektionen es sind. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn Sektionen. Und dann pro Sektion so acht bis vierzehn Bleche, schätze ich, die miteinander verschraubt werden. Da kommen schon echt ein paar tausend Schrauben zusammen. Wahnsinn. Ja, ist auch geil, den Kran jetzt noch mal nebendran stehen zu sehen. Mit Krähen kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber es gibt bestimmt einige, die sich damit auskennen. Ja, ist toll, auch mal den direkten Vergleich mit den EP3 zu sehen. Da hinten ist die E138. Also beides eigentlich meine Lieblingsplattform von Enercon, EP3 und EP5. Die ist auch schon echt verdammt riesig. Aber die E160 ist einfach noch mal ein anderes Kaliber. Noch mal krasser. Ja, hier hinter mir, da kommt jetzt die dritte Anlage hin. Da hinten sind schon die ganzen MST-Sektionen fertig zusammengebaut. Ja, und da werde ich jetzt mal hinradeln und mir das mal aus der Nähe anschauen. Jetzt stehe ich doch mal auf der anderen Seite. Hier sieht man alles noch mal schön von dieser Seite. Ja, und hier sieht man jetzt auch das Fundament. Da wird scheinbar immer der grüne Ring schon draufgesetzt. Das unterste Segment. Im Hintergrund sieht man jetzt noch mal schön die andere Anlage. Ja, und hier links von mir stehen dann die anderen Sektionen, die auch das grüne drauf kommen. Erst die zwei weißen und das mit dem roten Ring ist das vierte Segment. Ja, und hier sieht man noch mal schön die unterschiedlichen Dimensionen. Jedes lange Schmale ist dann wohl das oberste. Ganz oben kommt es hin. Ja, hier liegt der Geno. Da steht immer schön drauf, sechs Uhr, zwölf Uhr, damit man weiß, wie man ihn einpassen muss. Aber der kommt mir hier echt schmächtig vor. Also, der von der E138 ist auf jeden Fall größer. Aber das ist auch ein Ja, fremderregter. Das hier ist ein permanent erregter Generator. Da sieht man noch mal schön die zweite Anlage und die N117 im Hintergrund. Ja, und hier rechts liegen jetzt die roten Blätter. Wenn man so direkt daneben steht, sieht man schon, wie krass lang die sind. Aber sie sind nicht so krass durchgebogen wie die Blätter von Nordex, muss ich sagen. Ja, die E160 Blätter, die haben auch immer diese wie Zackenbänder so ähnlich. Am vorderen Blattteil für die bessere Aerodynamik scheinbar. So, jetzt ziehe ich aber wirklich weiter, denn jetzt wird es mir kalt. So, zum Abschluss sehe ich jetzt hier nochmal bei der ersten fertig errichteten E160. Hinten dran die E138. Da drüben die zweite E160. Und hier kommt dann die dritte hin. Ja, die E138 und diese E160 hier stehen beide schon im Wind. Da funktioniert schon die Windnachführung. Wir stehen in der gleichen Windrichtung wie die Nordex hier hinten. Die Nordex interessieren mich heute jetzt nicht so sehr. Ich habe jetzt schon viele Nordex gesehen hier auf meiner Tour. Sondern die E160 sind das Highlight hier. Ist auch echt geil, den direkten Vergleich zur E138 zu haben. Also ich muss sagen, da wirkt die E138 echt so ein bisschen popelig neben der E160. Das ist schon echt verrückt. Aber die ist einfach, ja, echt gigantisch von den Dimensionen. Und gefällt mir einfach super gut. Also das kompakte Maschinenhaus und dann dieser riesige Rotor davor. Finde ich einfach super. Ach, ich freue mich echt, wenn die in Freiburg gebaut werden. Auch mit 166 Meter HST, MST. Ja, ich schätze mal, dass die beiden Anlagen dann wohl als erstes ans Netz gehen. Wenn der Netzanschluss schon gelegt ist, weiß ich jetzt gar nicht, ob die schon verkabelt sind oder nicht. Da lässt sich ja sogar mal die Sonne sehen. Aber sie traut sich nicht so richtig. Ja, aber ich bin mal gespannt, wo das noch hingeht die nächsten Jahre mit Enercon. Es muss auf jeden Fall eine größere Anlage her, um mit anderen Herstellern mithalten zu können. Eine leistungsstärkere. Wird ja schon über die E190 gemunkelt, aber ich weiß nicht, ob das nur ein Gerücht ist oder ob da was Wahres dran ist. Naja, wir werden es sehen. Ja, ich werde mich dann verabschieden. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich fand es auf jeden Fall echt geil, hier ein bisschen zu erkunden. Und ja, die E160 sind einfach der Hammer. Wird echt gerne mal wieder herkommen, wenn alle drei stehen und auch am Netz sind. Aber es gibt ja noch andere YouTuber hier, die hier unterwegs sind. Ja, im Anschluss habe ich immer ein Drohnenvideo für euch. Viel Spaß damit. Und ja, schreibt gerne Kommentare. Und dann mache ich mich auf zum nächsten Windpark. Und vielleicht sehen wir uns dort. Macht's gut. Halt die Ohren steif und bis bald. Ciao. Ciao! Ciao! мамenёнён referrals. ECHAMEN flavourих 뉴스 Gobierno in total 2.0 t Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.